Okay, es wird Zeit für einen weiteren Drei-Völker-Run, aber diesmal mit einer Challenge und zwar Werden wir das Spiel versuchen, vegan durchzuspielen? Das heißt, kein Fisch und kein Fleisch und auch keine anderen Produkte, die nicht vegan sind als Nahrung oder auch als gewisse andere Dinge. Bin gespannt, wie das funktioniert. Wir dürfen alles nur mit Brot ernähren. Und gerade, dass der Fisch nicht erlaubt ist, wird richtig reinhauen. Ah, wir brauchen erst das Haus. Geht erstmal das Haus, bitte. Planieren. So, okay, er hat jetzt sich die schon angefordert. Sehr gut. Wie wird das mit Geschenke-Zauber? Geschenke-Zauber ist okay. Okay, grundsätzlich. Magie können wir zumindest mal mit zwei Völkern einsetzen. So, was wir direkt schon am Anfang machen sollten. Fleisch auf die Schwefelmine und Fisch auf die Schwefelmine. Dass wir auch unsere Startvorgaben schön liegen lassen. So, und Brot muss auf alles. Weiß gar nicht, kann da auch falschen Fisch spawnen? Ne, bei Geschenken spawnt keine Nahrung. Aber selbst wenn, solange wir sie nicht einsetzen, ist das okay. Vor allem, ich würde auch, ich glaube, den Geschenk-Zauber würde ich dann sogar fast schon als vegan einstufen. Es gibt, äh, beim Zauber von den, äh, Trojanern, da müsste man überlegen, ob man die Nahrung als vegan zählen könnte. Kannst du die Nahrung nicht per die einfach wegwerfen? Ja, vermutlich. Ist mir aber echt gesagt, dass in jeder Mission zu machen ein bisschen zu viel Aufwand. Mir reicht es, wenn sie die liegen lassen. Ich glaube, was man vielleicht noch machen könnte, wäre mit einem Marktplatz. Wenn man die über den Marktplatz anfordert, dann dürfte die ja nirgendwo anders hingehen. Hi Striker, willkommen zum Stream. So, pass auf. Das Problem ist, dadurch, dass wir keine, dass unsere Startvorgaben halt jetzt dadurch natürlich so runtergestraubt sind, brauchen wir zumindest sehr früh eine Getreidefarm. So, der hier steht leider total im Weg. Man könnte sich aber auch darüber streiten, ob das vegan ist, wenn wir den Fisch, den wir hier schon haben, ob, wenn wir den umwandeln in Stein, was die Römer ja können. Ich meine, dadurch wäre der Stein ja ein Tierprodukt. Theoretisch. So, wir snaken uns mal hier runter, weil hier sollten wir dann doch ein bisschen früher den Gegner einschränken. Ich muss tatsächlich aber gestehen, ich glaube, am meisten Sorge macht mir Römer Mission 1. Nicht Römer Mission, sondern Wikinger Mission 1. So, der fängt an, das ist gut. So, du gehst da hin. Lager ist fertiggestellt. So, wir bauen da mal das neue Haus hin, damit da nicht planiert werden muss. Ja, ein zweites Sägewerk geht auch. So, wir bauen das. Na komm, kannst du nicht... Warum kann er nicht einfach das Brett da abliefern? So, Bau ist zu Ende. So, er hat angefangen zu arbeiten. So, bringt das schon mal rüber. Das zweite Sägewerk ist gleich auch soweit. Ich glaube, wir wollen früh eine Steinmine haben. Da wir eh Brot produzieren müssen. So, aber erst die Eisenschmelze, bitte. Wer arbeitet noch mit seinem Startzeug? Wir haben rumstehende Siedler. Das heißt, wir können auch die Lager in Betrieb nehmen. Lässt die Sachen schön liegen, sehr gut. Ich bin mal gespannt, ob wir in diesem Run überhaupt angegriffen werden. Da wir unsere Soldatenproduktion dadurch deutlich langsamer haben werden, kann es gut passieren, dass uns die KI hier sogar mal angreift. Das heißt, wir können auch die KI hier sogar mal angreift. So, ich glaube, die Lage hätten wir uns doch ein bisschen sparen können, aber okay. Man baut das Wasserwerk zu Ende. Hi Enderman, willkommen zum Stream. Okay, das läuft. Das läuft. So, jetzt können wir uns vegan ernähren. So, du machst mal hier oben frei. Okay. 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 So, wir lauchen mal noch Gold, das ändert sich in dem Fall jetzt nicht. Wollen wir in Mana investieren? Vielleicht gibt es erstmal 14 Euro. Das, ganz ehrlich, wahrscheinlich wäre mir das immer noch zu viel, wenn mir Ubisoft bezahlen würde, dass ich das spiele. Kommt, Leute, wir müssen aber auch langsam mal die zweite Getreidemühle, die zweite Bäckerei fertig kriegen. Aber jetzt gerade scheitert es auch nicht an den Rohstoffen. Sondern an unserer Kapazität, Sachen zu bauen. Machen wir das mal auf Prio. Die Eisenmine wird tatsächlich echt schwierig. Noch ein Spitzhacken. So, ganz ehrlich, die Pios brauchen wir jetzt nicht mehr. So, da ist die zweite Bäckerei. Machen wir noch zweite Mühle und dritte Bäckerei. Also die Rohstoffe, die man zum Bau einer Mine kriegt, ist tatsächlich gerade richtig ausschlaggebend. Ach du Scheiße. Blau zieht vorne weg. Ich habe so ein Gefühl, wir werden auf Level 2 Soldaten gehen müssen, weil wir aus der Goldmine wahrscheinlich gar nicht so viel rauskriegen werden. Ich finde, das erweist sich gerade als haariger, als ich erwartet habe. Weil noch steht gefühlt gar nichts. So, im Moment bräuchte gerade die Eisenmine ist wesentlich mehr. Wollt auf mal I gehen, um zu kompensieren. Könnte der einzige Weg sein. Aber wir werden es nicht überall machen dürfen. Ich gehe erst mal nur auf L1er. In der Hoffnung, dass Kampfkraft und unsere Soldatenzahl das dann regeln. Aber ich habe so eine Befürchtung, dass das nichts wird. Ich glaube, wenn wir die Startvorgaben zumindest genutzt hätten, wäre es, glaube ich, auch okay gewesen. Ich glaube, das hätte uns gut geholfen, aber hier bin ich mir gerade sehr unsicher. Jetzt mal gucken. Das produziert 1,7. Ja gut, theoretisch dürfte es aber eine Bäckerei pro Getreidefarm sein. Theoretisch. So, den Tempel bauen sie auch. Ja, das sieht sogar halbwegs römisch aus, das Gebäude. Anders als zum Beispiel die Häuser. So, die Werkzeugschmiede braucht definitiv mehr Eisen. Wir haben ein Geschenk. Das gibt uns zumindest schon mal drei Bögen. Ich bin mir nicht so sicher, dass die Hämmer was bringen. Ich bin mir nicht so sicher, Shit, wir müssen uns vielleicht wirklich mal anstrengen. Okay, ich glaube, da bauen die Wikinger gerade einen Turm. Wir produzieren sogar Gold über, weil das Eisen so ein Problem ist. Das hat Drömanus hat keinen Angriff im Skript. Auf leicht tatsächlich nicht. Ja, das ist auf Normal, sehr gut. Aber auf Normal kann tatsächlich durchaus ein Angriff stattfinden. Also zumindest Attack-Delay. Ich weiß gerade nicht, was der Attack-Mode ist. Wenn er auf Defensiv ist, dann lassen sie uns vielleicht sogar trotzdem in Ruhe. Aber wir haben einen ziemlich krassen Soldaten-Unterschied hier gerade. Aber zumindest haben wir schon mal L3er für die Türme. Und da snacken sie sich den... Wobei nicht mehr richtig. Nee, nicht mal richtig. Spinny, wenn der einzig Löffel seinen Sieg arbeiten muss. Ich bin es halt nicht mehr gewohnt, okay? Okay, das produziert und das. Ich glaube, die Anzahl der Minen müssen wir auch gut regulieren. Weil ich glaube, das beeinflusst auch ein bisschen die Transportprioritäten. Aber im Moment produzieren unsere Bäckereien auf Hochtouren durch. Und wir haben trotzdem einfach gefühlt nichts. Aber da wir sowieso... Also wir haben keinen Mangel an... Wir haben keinen Mangel an... an Baumaterial jetzt. Aber unser Hauptflaschenholz ist gerade echt Eisen. Hätte ich nicht vermutet. So, ganz ehrlich. Nimmt von der Steinmine weg. Steinmine war eine Kackidee. So, das gibt uns jetzt einen kleinen Boost. Weil die ihre 10 kostenlose Fördergänge haben. Was immerhin 5 Brote sind. Jetzt in dem Fall. Okay, da kommen sie. Oh shit. Wir sind zwar nur L1er, aber dafür habe ich auch gerade mal 30 Soldaten. Komm schon, tötet die Axtkämpfer. Okay, shit. Wann ist der letzte Save? Ist das nicht, äh... Ja, natürlich direkt davor. Ist klar. Als ob wir gerade Römer 1 zerlieben. Die Schwertkämpfer sind nicht mehr das Problem, aber die Axtkämpfer sind gerade... schlimm. Da kommt auch gleich die doppelte Mucke. Ja. Aber sie ziehen sich zurück. Ja. Aber ist doch gut, dass ich diesen Turm hier behalten habe. Ich glaube, Mana ist das Play, ja. Boah, bitte greift nicht nochmal an. Ich habe es klappt. Also, aber das Ding ist, jetzt waren es, glaube ich, wirklich die Axtkämpfer, weil die die Türme eingerissen haben. Ansonsten, ich hatte ja Level 3 Soldaten in den Türmen. Also, die ganzen Schwertkämpfer wären da nicht durchgekommen. Nicht mit deren reduzierter Kampfkraft. Also, das ist schon mal ein böses Omen. Ich glaube, auch zeitlich haut das nur hin, wenn wir Maya Mission 1 skippen, weil da wird sich eh nichts ändern. Da haben wir ja auch beim letzten Mal keine Siedlung gebaut. Aber wenn ich recht habe, Leute, dass zumindest das bei den Mayas wieder einfacher, also gegen die Mayas wieder einfacher wird. So, Leute, wir brauchen mehr von allem. Wir haben mehr Kills, aber das ist halt auch nicht hilfreich. Und die Wikinger-Kampagne wird, glaube ich, dann auch ein Kampf unter Umständen. Weil da kämpfen wir zwar nicht gegen Axtkämpfer, aber wir werden keine Magie einsetzen dürfen. Es ist ja schlimm. Es ist gerade eine absolute Tragik. Wir kriegen unsere Siedlung nicht versorgt. Sag mal bitte jetzt nicht, dass ich die so krass micromanagen muss. So, das läuft. Das heißt, wir haben auch gleich... Oh, ein Convert wäre praktischer. Weiß jemand auswendig, was die Level-1-Axtkämpfer von der Gesundheit haben? Die haben, glaube ich, ein bisschen mehr als... Oder? Ne, die haben weniger als... Sie haben jetzt mit Ubo, glaube ich, so viel wie Shared-Kämpfer. Oder zumindest die L2 und L3. Ich glaube, sie... Dann hätten wir sie vielleicht mit einem Blitz, hätten wir sie vielleicht wegsnipern können. Ich bin der Schlüssel. So, aber wir lernen aus unserem letzten Fehler und packen die L1er in die Türme. Ja, genau. Ist okay, jetzt könnt ihr dazukommen. So, mal sehen, ob der Schildzauber hier hilft. Nein, natürlich nicht. Wait, wir machen es anders. Wir müssen es anders machen. So, wir müssen gucken, dass die durch unser Gebiet laufen. Und gleich, dass der Blitz bereit ist. Komm. Komm, Trump-Tempel, lasst euch jetzt nicht ewig viel Zeit. Aber jetzt laufen sie an uns vorbei, das ist nicht gut. Okay. Komm schon, tötet sie. Komm schon, bleib nochmal stehen. Ja, nope. Warte. Können wir das besser? So, Schutzschild. Aber ich merke, wir müssen schon mal andere Strategien fahren als üblich. Aber ich meine, das ist ja auch der Sinn von so einer Challenge. Das ist unglaublich. Die KI fühlt sich mal wie eine Bedrohung an. Okay, wir haben jetzt fünf Bäcker rein. Dann machen wir mal Nummer sechs. Dann machen wir mal. Dann machen wir mal anderes. Und dann machen wir mal. Wie wird das Auswirk autischen genial ist. Wir müssen unsere Liebes девinmal an. Komm! Wenn man einen Siedler-Maus-Trapped Das wär's noch Also das hier war jetzt aber auch gerade ein Ubo-Safe Muss man dazu sagen, weil der Schild dadurch so lange gehalten hat Wobei mit Blitz hätte es denke ich auch so funktioniert Wir kriegen gerade ein bisschen den Arsch versohlt Weil die Axtkämpfer, die L1-Axtkämpfer von den Wikingern Verfetzen halt unsere Türme Und wenn ich da halt normalerweise meine L3-Soldaten reinpacke Also ich glaube, Brümer 2 könnte einfacher werden Einfach wegen der Spezialeinheit Aber ich mach mir halt Riesensorgen um die Um die Wikinger-Kampagne Ich bin mal gespannt, ob sich die Wikinger jetzt aber auch erholen Vegan ohne Honig oder mit? Ohne Honig ist nicht vegan Deshalb ist Wikinger-Magie verboten Außer wir kriegen es halt durch große Tempel Was halt auch nicht wirklich nützlich ist Oder wenn wir es halt per Skript bekämen Was aber hier bei keiner Mission der Fall ist Maya ohne Steinmine, weil es schwer sein könnte Naja, bei dem Maya werden wir glaube ich auf die Steinmine nicht verzichten können Honig ist nicht trotzdem auch ein Tierprodukt Also Auch wenn pflanzliche Komponenten natürlich drin sind Klar Ach Leute, kommt schon Jetzt ist es aber mal gut hier Komm schon Opfer denn Es ist 99% Pflanze Ja, aber du kannst Honig nicht ernten ohne Bienen zu verletzen Ich muss sagen, ich habe auch eigentlich Zum Beispiel um Dark 6 mir nicht so große Gedanken gemacht Weil da eh ein Mana-Bild gespielt werden muss Und das mit Obo auch voll geht Aber gut, ich habe jetzt schon mal zumindest ein paar Fehler identifiziert Die wir nicht wiederholen sollten Das Problem ist aber Na komm schon So, wir ziehen die mal hier rüber Das Problem ist aber, wie gesagt, wie sich das Brot verteilt Das verteilt sich halt irgendwie überhaupt nicht gut So, wir benötigen zusätzliche Pylonen Also Steinmine Ich glaube tatsächlich Bei den Mayas dürfte es Die bessere Alternative sein In Mana zu investieren Und dann den Steinflug zu nutzen Weil, wenn ich bedenke, mit 12 Mana Kriegst du da irgendwie, glaube ich, 50 Steine raus Aber Ja, Blau erholt sich aber auch nicht gut Also ich glaube noch ein oder zwei solche Angriffe Und dann haben wir eigentlich auch schon praktisch gewonnen Und Magie haut halt richtig rein Weil die KI halt auch fast nur L1er einsetzt Aber zumindest schon mal einen großen Turm irgendwo hinten Solange der Gegner halt nicht zu einem expandieren kann Ist bei Wikinger-Karten auch auf jeden Fall schon mal hilfreich Wir haben jetzt einfach sechs Bäckereien, die durchlaufen Wir kriegen damit unsere Siedlung nicht versorgt Wobei langsam geht es Also langsam staut sich das hier Gerade ist Kohle tatsächlich unterversorgt Aber langsam geht das Brot auch wieder zu den Kohle-Minen Also ich glaube langsam kommen wir an den Punkt, wo es sich einpendelt Gleich noch ein bisschen mehr Mana Also ein Schild und ein Blitz ist eigentlich Damit kommen wir gut durch Das sind ein bisschen viele Ich glaube da kommt wieder was, oder? Weil die stellen sich nicht an den Turm Die stellen sich da an den Holzfäller und kommen jetzt gleich Genau, da kommen sie Aber das sollte okay sein, weil wir haben jetzt hier Ja Das ist ein 1 zu 1 Kampf und wir haben L3 Ich glaube wir sparen uns unser Mana mal Ja, guckt euch das an Kampfkraft plus L3 Aber doch, jetzt merke ich Es hat schon was Man geht halt nochmal ganz anders an die Sachen ran Genau, heil die mal alle durch Werden keine kostenlosen HP ablehnen So, Gold produzieren wir tatsächlich gerade sogar über Siedler haben wir jetzt gerade ein bisschen vernachlässigt, aber das ist okay Aber die Wikinger 1 macht mir wie gesagt Sorgen Auch einfach weil uns die Rohstoffe einfach ausgehen könnten Und dann haben wir ein Problem Einen Gut Und dann Und dann Und dann Und dann Und dann Wie viel 1 brauchst du, um einen L3 bei gleicher Kampfstärke zu besiegen? 4 Beziehungsweise, ich glaube, 3 gleichzeitig könnte auch reichen, aber ein L3 ist viermal stärker als ein L1er. Doppelter Schaden und doppelte Gesundheit. Doppelter Schaden. So, wir brauchen auf jeden Fall... Okay, ganz ehrlich, da unten den Stein brauchen wir nicht. Okay, wir haben Siedlermangel, es kommt nichts mehr irgendwo an. Aber das sollte sich gleich regeln. Kommt, baut mal auch ein großes Wohnhaus. Die hier werden ja gleich fertig, das sollte sich dann alles wieder einpendeln. Sieht's killtechnisch, okay, ja. 4 zu 1 und das zählt nicht die Soldaten, mit denen wir mit dem Blitz besiegt haben. 5 von 1 und das, die hier werde ich runter. So, transportiert mal mit dem ganzen Wein, ja? 117, aber der produziert auch ziemlich langsam, muss man echt sagen. Er produziert schubweise, glaube ich. Ja, ihr hat da ja irgendwie auch so ein besonderes Verhalten. Ja, ihr habt da ja irgendwie auch so ein besonderes Verhalten. Ja, ihr habt da ja irgendwie auch so ein besonderes Verhalten. Ja, ihr habt da ja irgendwie auch so ein besonderes Verhalten. So, ich glaube, wir sind jetzt auch langsam an dem Punkt, wo wir gewinnen können. Ist das richtig, sieht da zwei Musik? Doch, sieht da zwei nächste Generation. So, baut man noch das Haus zu Ende. Das hier läuft jetzt aber auch wieder. So, 78 Kampfkraft. Wir speichern mal, falls die KI gleichzeitig einen Gegenangriff versucht. Und wir dann irgendwie wieder jemanden durchkommen lassen. Ja klar, trifft natürlich die Falschen. Kommt, lasst doch mal den Priester durch. Kommt schon. Ja, sie machen schon ohne den Priester hier alles. Ja, guckt euch das an. Wow, nein, du sollst nicht in den reinlaufen. So, der... Die Schwertkämpfer hier, gehen mal bitte da hin. Ja, wir haben gewonnen. Ihr geht bitte mal die Kaserne suchen. Die ist, glaube ich, hier drüben. So, ihr werdet bitte einmal geheilt. Und ihr geht das erobern. Und ihr geht das erobern. So, ich bin mal gespannt, ob es jetzt in den kommenden Missionen einfacher oder schwerer wird. Weil immerhin haben wir dann in den Missionen drei auch zwei Gegner. Moment, erstmal da abschneiden. Ich will Feuerwerk haben, vielleicht. Ich will Feuerwerk haben, vielleicht. Ich will Feuerwerk haben, vielleicht. Ich habe einen Anwalt verklagt für das Stream, bevor ich wach bin. Ja, also ganz sorry, ich kann nicht noch länger warten. Der Stream wird wahrscheinlich lang genug. Der Slonplay war acht Stunden lang. Ich bin mal gespannt, das hier könnte wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern. Selbst wenn wir Maya Mission 1 skippen, weil das spart uns vielleicht 20 Minuten. So, die gehen da rein. Aber hier können wir ein großes Feuerwerk veranstalten. Und da plündern sie auch das ganze nicht-vegane Zeug. Aber das geht ja in den Markt. Das ist ja okay. Sollte bis hinten in die Nacht hinein streamen. Irgendwann muss ich aber heute noch was essen. Und diesem habe ich kein Abendessen fertig. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich mir am Ende eine Pizza in den Oft schieben müssen. Mal gespannt, ob das jetzt wirklich einfacher wird oder ob das jetzt noch schlimmer wird. So, Fleisch geht an die Schwefelmine, Fisch geht an die Schwefelmine. Wir haben diesmal keine Gebäude zum Start. Ähm, da ist gerade irgendwas geploppt. So, einmal Firefox zugemacht. Gibt es noch irgendwas, was ich hier habe, was ploppen könnte? Nein. Eigentlich nicht. Eine Pizza auf meine Art. Nein. Stell dir vor, manche von uns wollen noch weiterleben. So, wir brauchen auch ein, äh, ein Wohnhaus. Und dann müssen wir gleich wieder unsere Bautrupps hochstellen. Spätestens nach dem Tod des Universums wäre eh tot. Also ich bin nix. Hm, vielleicht die Leute, die vor dem Tod des Universums eines natürlichen Todes gestorben wären. Es kann halt nicht jeder eine KI sein. Da wäre man ja eh in... Oh, ich werde jetzt nicht mehr die andere so zuhören. Ja. Stell dir vor, Menschen sterben. Um es mit der Weisheit, äh, des Susaku zu sagen, Menschen sterben, wenn man sie tötet. Und das ist wirklich jemanden. Cool. Wir haben zwei angeln, wir dürfen sie nicht nutzen. Aber ich wage hier schon mal die Behauptung aufzustellen, eine Fleisch-Only-Challenge halte ich nur für möglich, wenn man mit Magie spielen darf. Als ich einmal mit Magie Ohne, vielleicht darfst du auch nur Fleisch nutzen. Ja, wir bauen auch einfach unsere Gebäude aus Fleisch. Wobei mit so einer Fleischkolle als Schwertersatz, das könnte wahrscheinlich sogar noch funktionieren. Meine Menschen haben ja auch Knochenschlitter und so als Waffen eingesetzt. So, ein Wasserwerk hier oben, eine Getreidefarm hier. Ich hoffe, jetzt keine Bäume mehr, aber das ist okay, das sollte sich gar nicht gleich selber lösen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 So, Stein ist mal überhaupt kein Problem, aber Holz, das gefällt mir gerade gar nicht. Und hier, die Bäume werden gleich fertig. Beziehungsweise auch nicht in S4 auf Magie zu verzichten, würde von der Rückkehr bedeuten, dass man wirklich nichts anderes als Fleisch nutzen darf. Ja, das ist das Ding. Aber Fleisch ist halt auch irgendwie Nahrungs-, also die Mana-Produkte sind ja noch alle irgendwie Nahrungsmittel. Ich meine, man könnte auch, aber, ne, so, Med ist ja dann nicht vegan, aber auf der anderen Seite ist Med ja auch nicht für den eigenen Verzehrt, sondern als Opfergabe gedacht. Aber für vegane Wikinger käme es ja dann nicht, äh, also, die aus dem Grund, dass sie vegan sind, keinen auf Med verzichten, käme es ja auch nicht auf die Frage, das, äh, das als Opfergabe zu nutzen. So, wir brauchen Brot. Wir brauchen es früh. Jo, das ist korrekt. So, wir brauchen es. So, komm, Brot, das mal bitte zu Ende. Aber es ist jedes Mal, die bauen die Bäckerei immer vor der Mühle zu Ende. Hi, Ties, willkommen zum Stream. Beckerfamilien, beziehungsweise noch ein Naturgesetz, auf das man sich verlassen kann. Ja, leider. Also, ich frag mich echt, was da schiefläuft. So, direkt mal ein Ziehobjekt. Was für ein Ding? Was für ein Ding soll ich bauen? Boah, ich glaub, das mit den Ziehobjekten, weiß ich nicht, ob ich das, äh, gut heißen kann. Moment. Ich meine, die Kampfkraft hilft uns zwar beim Angriff später, aber... Das Ding. So, ich muss das erstmal hier auf, äh, Dings setzen. Ich weiß nicht, ob ich die Belohnung überhaupt anlassen kann, ehrlich gesagt. Äh, wir haben bei Römer 1 gerade so hart kassiert. Hä, der Reiter? Der Reiter ist aber, das ist aber ganz unten. Der Spannendste ist, ich lasse ich seit 20 Jahren und ich, mein Chef kommt rein, wie er sich ausarbeite. Das ist ein hohes Lob, wenn ich bedenke, dass es vor zwei Jahren noch die WM gab. Das ist auch ein hohes Lob. Untertitelung des ZDF, 2020 Das hier ist aber langsam, muss mir nicht so gefallen, was hier los ist. Das geht alles viel zu langsam. Wir haben hier zumindest schon mal zwei Bäckereien im Betrieb. Achso, ich habe nicht eingestellt, dass die auch alle Brot kriegen dürfen. Jetzt. Achso, ich habe nicht eingestellt. Also steintechnisch ist das ja alles kein Problem, aber Holz ist so... Ja, das ist nicht so cool. Okay, Blau fängt an zu produzieren. Ich hoffe aber, dass eine Burg in der Lage ist, das abzuwehren. Und letztens haben wir ja wirklich die Axtkämpfer das Problem. Ah, ich habe die Eisenschmelze ausgestellt vorhin, damit die Kohle rübergeht zur Werkzeugschmiede. Da ist Gold, aber ich hätte gerne erstmal... Okay, wir brauchen auf jeden Fall erstmal Priester und ich hätte gerne mehr Brot. Ich hoffe, dass wir hier gleich noch ein Wasserwerk hinbekommen. Aber langsam geht es auch bergauf mit den Rohstoffen. Wir kriegen die Sachen gerade gar nicht weg. Wir setzen sie einfach mal hier hin, damit die KI ein bisschen Probleme kriegt. Römische Wasserwerke sind so cheaty aus Wikinger-Sicht. Wunderbar klein und kompakt. Ja, ich finde das am römischen Wasserwerk ist halt schon sehr klein. Aber das ist doch eigentlich eher Verbrechen, dass das von den anderen teilweise so groß ist. Die Mayas haben ja auch ein ziemlich kleines. Das halt ein bisschen quadratischer ist. Das halt ein bisschen knifft. Ähm, erkennt er den Baum nicht? Erkennt er die Birke da nicht? Weil hier ist ja noch eine. So, wir stellen hier die Sachen ein. Wenn die Gegner einen Marktplatz hätten, könnte man ihnen ja sogar noch die Startvorgaben zukommen lassen. Aber ich bilde mir ein, dass dieser Krieg dadurch zustande gekommen ist, dass unsere Gegner keine Veganer sind. Ich weiß aber, warum die wirklich so ein großes Gebäude brauchen. Da wird ja nicht mal was gemacht. Der Typ geht raus, holt Wasser und nichts hin. Jetzt brauchen wir auf ein Gebäude. Ja, irgendwo drin müsst ihr aber doch wohnen. So, bringt mal bitte. Okay, hier geht schon einer hin. Ihr dürft gerne auch schon mal den Zweiten da hinbringen. Ah, noch ist das Verhältnis aber okay. Wir können auch gleich ein paar Level 2 heraushauen. Ein Lazarett wäre aber vielleicht auch gut. Ah, jetzt passt es perfekt. Also, wo müssen Brötchenträger eigentlich auch eine Hütte? Brauchen sie ja. Die brauchen ja Betten. Also, theoretisch haben sie die Möglichkeit, schlafen zu gehen. So, Priester ist ready. Und dann geht's. Aber dort darf der Wasserwerkarbeiter nicht wohnen, weil er dann zu weit von seinem Arbeitsplatz weg ist. Aber Träger haben ja keinen festen Arbeitsplatz. Offiziell schlafen die Soldaten ja auch in der Kaserne, zumindest laut Handbuch. So, hallo L2er. Soll ich muss ich nicht im Büro schlafen. Ja komm, ich bilde mir aber ein, dass, also gerade die Bäckerei stelle ich mir als angenehmen Wohnort vor. Es ist halt kombiniertes Haus mit Berufsstätte. Du musst es so betrachten, die machen eigentlich den ganzen Tag Homeoffice. Also wenn man es so betrachtet, dann haben die Siedler eine sehr gesunde Einstellung, was das angeht. Ach, wir können hier... Das ist zu steil, da kann ich nichts bauen. Wow. Da auf das steinige Gras geht, was? Ich hoffe, die Arbeitsbedingungen der Siedler sind echt nicht gut, dass wir haben sich ein besseres Leben. Akkordarbeit unter freiem Himmel und das mit den Pilzsporen. Hat da jemand drüber nachgedacht, was das für gesundheitliche Auswirkungen auf Siedler hat? Die Minenarbeiter pennen im Schacht. Ja, das sowieso. Ich meine, die Idee ist ja auch, dass sich die meisten Siedler selber mit Nahrung versorgen können. Aber halt die Minenarbeiter es unter Tage halt nicht können. Und deshalb brauchen sie halt die Nahrungszulieferung. Leute, ihr könnt nicht auf der einen Seite sagen, es gibt keine... Ihr habt zu wenig von allem. Und auf der anderen Seite sagt mir dann, dass... Dass das ganze Holz noch da liegt. Geht nicht. Aber wir machen doch mal noch einen Holzfäller hin. Weil der hier kann ja jetzt auch weg. In der Mine sagt mir so eine Schlafe. Äh, 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 so eine Schlafe. So eine Sache. Ja, kommt drauf an, oder? Ab wann wird ein Rohstoff beim Bauen eigentlich rot markiert? Ähm, wenn er nicht das Material dafür findet. Also ich weiß jetzt nicht, wie es exakt abläuft, aber... Zum Beispiel, wir haben theoretisch die Rohstoffe, aber... Ich glaube, es sind, äh, äh, die Sachen sind, äh, waren da teilweise zum Beispiel den, jetzt den, hier dem Auftrag zugeordnet, dass die in das Lager gebracht werden. So, dann machen wir nochmal ein paar L1er. Also rohstofftechnisch ist das auch so eine Sache hier. Aber das Problem ist halt einfach, ne, mit drei Bäckereien und nichts anderem. Und da die feinen Herren in der Goldmine ja lieber Fisch wollen. Also Fisch, das Fisch fehlt, haut einfach viel mehr rein als alles andere, weil... Einmal als Lieblingsnummer für Goldmine und einmal auch so gut als Trash-Food. Aber wenn du nur Fleisch-Only machst, dann bekämpfst du ja auch keine Kohle. Also ich glaube, Fleisch-Only könnte... ... ans Unmögliche grenzen. Aber beziehungsweise, da musst du wahrscheinlich sogar eher noch ein Mana-Bild spielen. Aber dann ist eine Lieblingsnahrung der, äh, die, äh, die, äh, den nutzlosesten Rohstoff. Abgesehen jetzt mal von Schädel. Atomkraft mit Homeoffice, der würde da nicht gern wohnen. Ja, du hast es kapiert. Warum eigentlich nicht? Das macht ihm so ein bisschen Strahlung, also... Dann werden da wirklich die Mutationen ab, äh, angeregt. Vielleicht wird man dann so ein X-Man. Warum kriegt ihr es jetzt nicht mehr... Äh, baut mal bitte den Steinmetz, ja? Geht das? Äh, ein? Achso, du bist inzwischen komplett nutzlos geworden. Die Mutationen klingt auch so negativ. Freiheit für zelluläre Individualität und biochemische Innovationen. Warum klingt das wie ein Christian Lindner-Zitat? Praktisch, dass sie ihren, äh, Tempel direkt hier bauen. Direkt an der Grenze. Was könnte da nur schief gehen? So, jetzt baut bitte diese... Baut bitte diesen scheiß Steinmetz. Ähnlichkeit mit Christian Lindner sind rein zufällig. Jetzt wäre es sehr verlockend, den Fisch in Stein umzuwandeln. Auch wenn es nur fünf... Ne, drei Stück wären. Das wäre echt total der Mana-Waste. Das Geschenk eigentlich sinnvoller. Werde es das Baumaterial? Bis vorhin hatte ich gefühlt noch ewig viel Baumaterial. Jetzt ist es tatsächlich, äh, Holz, was ich im Überfluss habe. Ich glaube, dieses Mal komme ich auch nicht um eine Steinmine herum. So, jetzt ist aber auch hier für Stein gesorgt. Jetzt können wir, äh, den Rest auch machen. Wir haben auch gleich genug Mana für einen Blitz oder einen Schild. Ich bin mal gespannt, ob die KI groß, äh, schützende Strafen einsetzen wird. Ich denke mal, in dem Fall ist es wahrscheinlich besser, wenn wir unser Gold erstmal in Schwertkämpfer investieren. Fisch zu Stein verboten, ein Fisch isst ja niemand. Ja, aber dann ist der... Ist der Stein dann noch vegan, wenn er vorher Fisch war? Man sieht, Siedler bringt uns dazu, die wichtigen Fragen im Leben zu stellen. Das ist halt von... Es kostet nur zwei Mana, aber trotzdem. Boah, fünf Stein einfach. Warum kostet der so viel? Wie kann man denn nur, dass ich keine Tiere essen? Ich will sie nicht verwenden. Ähm, nein. Es geht nicht nur ums Essen. Der Fisch würde sagen, nein, der Fisch durchwandelt eine Metamorphose oder sogar eine Mutation zu einem gänzlich anderen Gegenstand. Ja. Also, der schützende Strafenzauber ist ja auch echt so ein Albtraum-Szenario eigentlich. So, sie haben ein paar L2er. So, pass auf. Wir machen... L2-Schwertkämpfe auf Dauerproduktion. So, wir produzieren immer noch Alkohol über. Wir haben keine Spitzsacke. Aber eine Stunde In-Game-Zeit und die Mayas lassen uns noch in Ruhe. Weil ich gerade nicht weiß, wie der Attack-Delay eingestellt ist. Aber bis ins Kras, bis jetzt reicht es noch nie für mehr als eine Waffenschmiede. So, jetzt baut doch bitte mal hier das zu Ende und das hier. Lass doch mal den ganzen anderen Shit liegen. Steinwärts und von mir aus auch einen Kurm. Graben wir den Mayas mal den Stein ab. Wer der Nahrungsmittelzauber der Trojana erlaubst? Das ist eine gute Frage. Für Brot auf jeden Fall. Für Fleisch und für Fisch müsste man die Frage beantworten können, ob der Zauber die Sachen aus dem Nichts erzeugt, weil dann wäre es vegan. Oder teleportiert er die Waren nur von woanders her? Weil dann gelten die ganz normalen Regeln. Ich denke mal, ich werde es wahrscheinlich als Nicht-Vegan behandeln, wenn wir es soweit kommen, weil das wahrscheinlich einfach interessanter zu spielen ist. Aber ich merke, ich glaube, der Trojana mit Mana-Aufbau wird das Beste sein. Ich würde halt die Startvorgaben an den Senden nutzen, um es halt so ein bisschen die Lücken zu füllen. Aber ich glaube, den Hauptteil würde ich tatsächlich über Nahrungsmittelzauber und auf einer 7 oder 8er Brotbatterie nehmen. So, langsam normalisiert sich auch unser Vorrat an Dein wieder. Teleportiert er das Zauber zu den Minen oder wandelt er dem Fleisch um oder teleportiert er bereits verarbeitet zu anderen Leuten auf der Welt? Genau. Teleportiert er das... Das ist halt wirklich die Frage. Erzeugt er die Sachen aus dem Nichts? Wie es der Geschenkzauber auch macht? Wobei, im Geschenkzauber spielt das keine Rolle, weil der ja sowieso erlaubt... Also der produziert ja keine unerlaubten Waren. Ich glaube, unsere Eisenmine ist noch okay. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So benötigen die Sache nicht. Aber wir können ein Haus hier hinbauen. Wenigstens das. Ich weiß, warum auch immer hier eine Getreidefarm nicht hinpasst. Aber einfach so ein Riesenhaus. Es wäre natürlich jetzt nice, von den Mayas irgendwas zu klauen. Komm, wir bauen einfach mal noch eine Burg. Und wir können jetzt auch zwei Bögen rechtfertigen, da wir eh Gold überproduzieren. Oh, jetzt gehen die Grundsatzdiskussionen im Chat los. Aber wir werden nicht angegriffen. Also das haben wir schon mal hinbekommen. Vielleicht auch als Veganer? Ist das ein Problem? Wenn du dich unterstützt, ist zwar nicht direkt, aber trotzdem. Aber ich sage mal so, das ist etwas, auch sowieso gesagt, deshalb finde ich sowieso, dass das auch etwas ist, wo andere Menschen einem keine Vorschriften zu machen haben, weil es wird eh jeder die Grenze anders ziehen. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, Vegetarier aber essen dann Fisch, weil man Fisch aus irgendeinem Grund nicht als Fleisch betrachtet. Und dauert mal das Haus zu Ende. Ich hätte gerne 60 neue Siedler. Ich hätte gerne 60 neue Siedler. Bis dahin. Ich konnte das不会? Gkra Monroe. Ich bin我有 85 über delicate Ausflugme. Bei谷 Fisch das Avflugme handelt. So, wenigstens liegen schon mal die Sachen voll, wo Brot die Lieblingsnahrung ist. Aber wir haben nicht wirklich den Platz, um noch viel mehr Brotproduktion zu bauen. Das Problem ist auch, der Mangel an Gold macht, ist halt echt schwer, aktiv Kampfkraft zu pushen. So, pass auf, ihr hört mal auf, damit unsere anderen Wanderholzweiler mal ein bisschen Platz schaffen können. Wir bräuchten nochmal einen Tempel, aber das geht leider nicht. So, pass auf, ihr hört mal ein bisschen Platz. Hm, wollen wir mal probieren, ob wir bei dem Maya ein bisschen was klauen können. Ah, die Eisenbahnen, die liegen da so schön. Auf jeden Fall produzieren sie nicht mehr. Oh. 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 Challenge? Ne, ich habe hier auch einen großen Turm. So, wir haben eigentlich keinen großen Mangel an Eisen, aber das ist gerade ein Gelegenheitsziel. Moment, aber vielleicht nicht, wenn da gerade eine Patrouille langläuft. Auch einen Wachtwurm. Was wir natürlich auch stehlen können, wäre der Weizen. Ah, die Sachen sind geblockt. Die Sachen sind einfach schon geblockt. Ich vermisse so ein bisschen, was heißt vermissen, das müsste ich dann selber mal eingesetzt haben. Aber dass der wahren Teleport-Zauber der Amazon nicht in irgendeiner Form in Siedler 4 wieder aufgetreten ist, ist echt schade. Ich wage zu behaupten, das wäre sogar ein cooler Spezialzauber für den, äh, für den, äh, Wikinger geworden. Zum Raiden. Wahrscheinlich im Gesamtbild auch, äh, nützlicher als Thor's Hammer. Die Sachen sind nicht geblockt. Der holt die gar nicht ab. Wieso konnte der die da nicht stehlen? Klau sie doch! Was tust du? Warum klaut er die Sachen nicht? Ich hab letztens noch aus deiner Oberversion gemacht, äh, ausgerastet, wo du meinst. Großenturm, so viele Krieger machen wie in der Burg oder so. Das war ein ziemlich überfüllter Turm. Wäre technisch absolut machbar. Wenn man keine Angst davor hat, die Soldaten ein bisschen zu stacken, wäre das wirklich kein Thema. Wir brauchen mehr Kohle. Aber ich find's gerade echt ein bisschen erstaunlich, dass der Dieb nicht funktioniert. Es sei denn, aber das würde ja immer noch auf die anderen zutreffen, oder? Dass alt getauscht ist, aber das kann ich nicht sein. Äh, okay. Warte, es funktioniert nicht, wenn ich es in der Gruppe mache? Warte, es geht nicht, wenn ich es in der Gruppe mache? Nimm! Ähm, der hat's gerade zweimal draufgeschlagen und es hat nicht... ...hat ihm nicht geschadet. Aber wieso funktioniert das nicht? Oder warte, ist der Stack offiziell nicht hier, sondern ist der verschoben, dass der irgendwie da ist? Nee. Hä? Warum gehen die jetzt zu viert auf diesen einen Dieb los? Okay, nee, das ist eine Patrouille, oder? Sie haben meine Grenze überschritten. Deshalb mussten sie sterben. Aber dass die jetzt alle hier durchlaufen, ist nicht so cool. Not gonna lie. Aber vielleicht kriegen wir jetzt hin, dass die, äh, versuchen den Turm anzugreifen. Wir können auch eigentlich schon fast in den Angriff übergehen, aber, äh, äh... ...klepto-veganer? ...klepto-veganer? Das sind dann nur die, die nur Fleisch essen, wenn sie es mit Kryptowährung bezahlt haben. Und dann... Septu nicht-veganer? Jetzt muss ich gerade an Türkisch für Anfänger denken, wo dann der Begriff Öko-Polygamistin gefallen ist Dann baut man noch ein paar große Häuser, aber ich glaube wir gehen gleich auch angreifen, sonst sitzt man morgen noch hier Ach, das ist Sinn, Diebe zu heilen, jetzt ist es schneller die zu freien Siedern und wieder neu zu Dieben zu machen Ja, wahrscheinlich Ist wahrscheinlich so ein Optimierungsplay, den man im Speedrun machen könnte Äh, pass auf, wir gehen hin, nehmen uns unsere Bogenschützen Und dann blockieren wir die Kaserne Probieren wir jetzt einfach mal aus Das macht es vielleicht auch einfacher gleich die, äh, die Schwertis und den Priester zu koordinieren Äh, geh zurück Ich würde dann behaupten, mit 89% KK sollten Level 2 ja eigentlich ganz gut traden Teil 4 Das war's für heute. wie man den börsenkurs von krypto währung einstürzen lässt die 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 So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mehr Soldaten als sie. Blockchain-Döner. Was wir hier für Begriffe jetzt etablieren. So, ein kostenloser Hauptmann. So, überschlagen dann mal das ganze nicht-vegane Zeug. So, und die L3er, die snacken wir uns natürlich auch. So, ich würde behaupten. Jetzt ist auch unsere Versorgung gesichert. Also, wenn man sich vegan ernähren will, muss man nur Krieg führen. Beziehungsweise wenn man so eine Zivilisation versorgen möchte. Ich muss die Maya doch zum Veganismus bekehren. Ja, was meinst du, was wir in der dunklen Vollkampagne tun werden? Was meinst du, warum Morbus auf die Erde verbannt wurde? Wie hab ich mir das vorgestellt? Das sind die wichtigen Fragen. So, die Mayas unterwerfen sich dem Veganismus. Let's go. Wie viel nicht-veganes Zeug wir beschlagnahmt haben. Blockadebrecher. So, das wird jetzt, das wird jetzt, glaube ich, dezent kacke. Oder könnte dezent kacke werden. So, wir bauen ein großes Wohnhaus direkt am Anfang. Das sage ich jetzt und werde ich wahrscheinlich gleich bereuen. So, hier konnte, da oben konnte man ja so schön Mana anbauen. Und hier geht's dich so ganz auf die Nummer, auch noch einfach. So, wo man von der Kiste hinwebt das nicht. So, hier kann man vielleicht auch noch ein bisschen mehr reist. So, hier kann man ja so schnell, aber man muss ja nur auf, wie man halt das mit. So, hier kann man ja auch immer bei dir hinbekommen. So, hier kann man ja aus. So, hier kann man ja so gut aus. So, wie man will das was Holden. So, hier kann man ja auch. So, auch hier ist das, was ich sicher. So, ich bin halt. Ich genug Döner esse, mache ich mit dem Herzen schon eine schöne Block-Cholesterin-Shane. True? Das war's für heute. So, wir können auch schon mal gerade einstellen. Hier. So. Komm schon, baut das Haus zu Ende. So, meine Geologen können einmal hier hingehen. Komm schon, eine Stein noch. Mensch, und das passt sogar genau, dass wir das danach wieder abreißen können. Wir haben so Unmengen an Kohle am Anfang. Wir haben so Unmengen an. 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 So, baut das schon mal alles? Da wir jetzt auch Siedler haben. Meine Döner-Krypto-Währung rausbringen, das ich ziehe, dass man irgendwann bezahlbar wird. Was? Ich glaube, das klingt nach einem größenwahnsiegeren Projekt als HGLG. Okay. Okay. Die Dünflation und überhördische Auswasser. So. So, ihr geht mal hier rüber. Hier können wir später unsere Burg bauen, vorausgesetzt wir kriegen Platz hin. 7,50 Euro für den Döner. Gut, ich bin da raus, weil ich glaube, ich kann die Döner, die ich in meinem Leben gegessen habe, an einer Hand abzählen. So, erste Nahrungsproduktion steht. Die Döner-Krypto-Krypto-Krypto-Krypto-Krypto-Krypto. Soms-Nahrungpeimet famous zursanstelle drive, Also gehen die譚 nach Dynamik desosis, bei einem Kindern die Döner-Krypto-Krypto-Krypto, nee, allesope ne sagen, allesierte K Electric ist normal promosierbar. Sog das Kürtiker ausALK Integrations hobby. S樹cup des Döner-Krypto-Krypto-Krypto-Krypto-Krypto-Krypto-Krypto-Krypto überhört, das ist defect συνhand ich ja auch. K Druggestop gagnant n Nieoyenี่old Am? Sog dann die Döner-Krypto-Krypto-Krypto-Krypto-Krypto-illä So, und der Marktplatz hier bewacht, der Turm bewacht am Ende auch natürlich die beschlagnahmten Waren. Es gibt Kebab-Token und andere Cryptocurrencies mit Kebab im Namen. Jetzt muss ich an dieses türkische Farm-Wilder denken, dem Riesenbetrug da, Chift-Link-Bank, wo ja auch Simplizismus ein Video dazu gemacht hat. So, transportiert mal bitte genau, transportiert mal die ganzen Sachen, damit die Brotvolution losgehen kann. So, transportiert mal die ganzen Sachen, damit die Brotvolution losgehen kann. So, transportiert mal die ganzen Sachen, damit die Brotvolution losgehen kann. Ich verstehe bis heute nicht, wie Ubisoft in der Lage war, die Existenz dieses Rohstoffes aus dem Grundspiel überhaupt zu rechtfertigen. Vor allem, weil man Edelsteine hatte. So, ihr lauft. Das läuft. Das läuft. Hier läuft. So, baut mal bitte die Werkzeugschmiede zu Ende. So, Lager benötigen wir nicht. Ich muss auch sagen, auch das Wikinger ohne Magie, also gerade mit Uwo und mit dieser Challenge, weil dann hätten wir die Steinminen als kombinierte Eisen- und Kohleminen verwenden können. Aber geht halt nicht, wenn wir die Stadtsachen nicht umwandeln können. Also, da geht dann doch einiges verloren. So, du läufst. So, wir gehen direkt mal rauf. Ich muss sagen, ich bin echt gespannt auf die Kommentare, wenn das Video fertig ist. Ob die dezent bis ins Yikes-Territorium abdriften könnten. Wir kriegen einfach große Tempel-Spam. Es geht ja gerade darum, dass die die Rohstoffe ausgehen könnten. Und wir kämpfen ja hier schon um jeden Goldbarren, den wir kriegen. Also ja, das wäre eine Alternative. In Siedler 3 würde man das auch machen müssen. So, die L2er gehen einmal da rein. Die L2er gehen einmal da rein. So, wir brauchen aber zuallererst, wenn wir heute haben, einen großen Tempel. Du reparierst mal gerade das da. Aber jetzt mit einem großzügigeren Start ist das auch voll machbar, weil jetzt können wir relativ schnell die Sachen hochziehen. So, wir brauchen die Sachen hochziehen. Im Moment mache ich mir noch keine Sorgen. Grün hat noch gar nicht produziert, blau rasselt ein bisschen aus. Das wäre glaube ich auch so ein Ding, warum Bronze, also ich fände Legierungen grundsätzlich cool, noch gerade Bronze irgendwie als frühen Eisnersatz. Wäre irgendwie spielmechanisch schon interessant. Aber soviel ich weiß, ist bei Bronze das Ding, dass Zinn und Kupfer relativ selten nebeneinander liegen. Also die Zivilisation, die Bronze hatten, waren entweder halt über ein großes Gebiet erstreckt oder haben halt durch Handel das erworben, was ihnen gefehlt hat. Wenn diese Möglichkeit nicht bestand, ging es halt nicht weiter. So, wir haben unsere sechs Farmen. Komm, wir brauchen nicht viel Gold erst mal. Das ist vielleicht sogar das einzige Gold, was wir in naher Zukunft kriegen. Hier hinten gab es ja noch ein bisschen mehr, aber da müssen wir erst hin expandieren. So, jetzt kommt es aber langsam ins Rollen. Eisengelbs da, Kohlegelbs da. Das Problem ist eigentlich nicht, dass wir es nicht, dass wir nicht drankommen. Importier doch einfach etwas Gold aus deiner Minecraft Hardcore Welt. Ja, das wäre sehr OP in Zeiten von Goldfarmen. Ja. 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 Er hat uns rein. Ja. Ja. Warum ist richtig nicht irgendwas anderes? Ich frage mich auch ehrlich gesagt, wieso überhaupt Bodenschätze aus S3 rausfliegen mussten. Wieso mussten Edelsteine raus? Ich weiß nicht, wie die Konversation bei Bluebyte gelaufen sein muss, dass man zwischen Römern, Wirkingern und Mayas für Schwefel einen Verwendungszweck gefunden hat, aber irgendwie für Edelsteine keine Chance hat. Was? Was für ein Review of Gamester? Ich wusste, dass es vegan Honig gibt. Was? Ich wusste, dass es vegan Honig gibt. Ich kann halt nicht die ganze Zeit alles lesen. Aber das letzte Mal, als ich geguckt habe, ging es noch um Kryptowährungen. Ich wollte auch eine Kryptowährung machen. Nutzlosium Coin. Und die ist nicht nur wertlos, ihr ganzes Ding ist, dass sie wertlos ist. Was bin ich sehen? Veganer Siedler. Ja. Es ist wild. Wir haben tatsächlich in Römer Mission 1 ein bisschen auf die Fresse bekommen. Aber danach ging es. Die Axtkämpfer waren halt bei den Wikingern ein bisschen problematisch. Und ich sag mal so, sechs Bäckereien und du kriegst damit gefühlt nicht mal eine, also du kriegst eine einfache Schwerindustrie halt mit einer Waffenschmiede und zwei Goldschmelzen mit sechs Bäckereien gerade so durchgefüttert. Aber jetzt auf der Karte ist ja ein bisschen mehr an Startvorgaben. Und das ist sogar halbwegs fast angenehm. Wenn sich der Dinoslosium kommt, war mal meine Idee. Stimmt, irgendwann hast du das mal. Irgendwann in deinem Wahn hast du da mal was vorgeschlagen. Ich erinnere mich. So, ich glaub, Grün wird uns in Ruhe lassen, aber Blau könnte vorbeikommen. Ich will 50% der Einnahmen von dieser wertlosen Coin haben. Spricht aber eigentlich so gar nicht deinen Idealen, oder? Veganer, ich will das rein pflanzlichen Zutaten von Menschen hergestellt, ohne Bienen. Ach, also im Prinzip, dass wir durch unsere technischen Möglichkeiten im Prinzip eigentlich den Prozess imitieren, den die Bienen mit dem Nektar machen, meinst du? Ja gut, stimmt. Das ist... Ja, das wäre dann veganer Honig. Aber diese Technologie haben die Wikinger hier leider nicht. Wie ist der Umrichtungskurs von Kebabtokens? Tut es los, Junghoin. Okay, ich stelle gerade fest, Wasser ist unser Flaschenhals. Wir sollten vielleicht die Wasserwerke mal ein bisschen beschleunigen. Sobald sich unsere Vorräte ein bisschen erholt haben an Steinen, können wir auch noch mal hier ein bisschen ausrasten. die nötige Technologie dafür hätten die Briechen schon gehabt. Hä? Also ich glaube, ich stelle mir vegane Honigproduktion im großen Stil irgendwie ein bisschen sehr aufwendig vor. So, jetzt können wir glaube ich auf ältere Reihe gehen. Hier irgendwo war Gold. Ich erinnere mich. Großes Stil, alles aufwendig, ja. Warum schon Leute? Kriegt es hin. Auf seriösen Kryptoseiten konnte ich den Witz-Kebab-Tokens nicht ablesen. Frage, ist auf diesen seriösen Kryptoseiten Dogecoin abgebildet? So, wir rasten mal ein bisschen aus mit den Wasserwerken. Das Ding, das du so sehen konntest, dass die Wertung sind, wäre sie von anderen Kryptos sowieso nicht weit entfernt. True. Seien wir ehrlich, bis jetzt ist Krypto in erster Linie eine Spekulations-Bubble. Eine Dogecoin ist gerade sieben Cent wert. Ich finde es einfach krass, wie du auf einer seriösen Kryptoseite einfach Dogecoin findest. Okay, das sind nur unsere Grenzstein. Ich dachte schon, da kommt Besuch. Hier oben könnte man noch ein bisschen, komm, wir bauen hier oben noch ein bisschen von dem Zeug. Ja, Elon Musk hat irgendwie mal Dogecoin richtig hochgepusht. Hängt halt alles von seinen Launen ab. Ich glaube, der hat das irgendwann mal als Meme gekauft und damit hochgepusht und dann war es auch wieder vorbei. Wir bauen mal im richtig großen Stil. Ich glaube, der hat das Sagen wir mal so, bei Dogecoin würde aber auch der ganze Witz verloren gehen, wenn sie auf einmal wirklich wertvoll wäre, dass man damit auch wirklich was machen könnte. Ihr geht mal bitte da drüben hin. Ah, ich bin nicht gespannt, ob wir bald Besuch bekommen. Das ist derzeit 0,00000023 Euro wert. Was ich bei Bitcoin ja immer so krass finde, sind ja auch diese, ich frage mich, wie viele Bitcoins einfach schon für immer verloren sind, wegen so Sachen wie, was ja auch teilweise wirklich passiert ist, wo Leute riesige Mengen Bitcoins auf irgendeiner Festplatte hatten, die sie dann weggeschmissen haben. Oder es gibt ja irgendwie eine, die wird immer noch gesucht, der sein Passwort vergessen hat und hat nur noch zwei Versuche gerade das zu entsperren. Und ich nehme mir so, wie viele Bitcoins sind damit schon für immer aus der Zirkulation raus? Ich kann mir tatsächlich eine Dogecoin kaufen. Da kommt doch Freude auf. So, wir gehen mal auf L2 runter. Also ich glaube, Vegan und L1 Challenge wird, glaube ich, krass. Ich gehe mal auf. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, hier geht ansonsten gar nichts mehr. Kommt Leute, baut Häuser. Dass hier auch nichts hinpasst. Wieso passt da nichts hin? Alles nicht gerade genug. Ok, hier geht's. So, mal sehen, ob 10 Bäckereien es schaffen. Ich glaube, langsam kommen wir an den Punkt, dass wir mal einen Nahrungsüberschuss haben. Aber Zielobjekte ist auch ein absoluter Luxus hier. So, wie wir jetzt festgestellt haben, reicht es ja hier bei der Mission nicht, irgendwie einfach nur die Städte zu zerstören. Wir müssen wirklich die Siedlung komplett einreißen. Aber bisher werden wir erstaunlich in Ruhe gelassen. So, Leute, baut die Scheiße. So, Leute. So, Leute. So, Leute. Ich habe gerade 69 Euro in Korruptor-Währung. Vielleicht sollte ich nochmal versuchen, damit reich zu werden oder so. Das ist ja auch so ein Ding bei den Römern. Der Tempeldiener geht hier rein, aber er kommt hier raus. Ich habe tatsächlich mal versucht, die Tür hier hin zu verlegen, wo er eigentlich rauskommt, aber... Das funktionierte nicht, dann konnte der irgendwie nicht mehr besetzt werden. Es geht jetzt nicht wieder. Ich bin so gut für sie. Ich bin so gut, wenn ich mit den Römern soll, dann kann ich jetzt malen Bogen. Ich bin so gut durch, ich bin so gut die Römer. Ich habe mich nicht mehr genutzt, aber ich habe dann wieder einer Kriste zu reduzieren. Ja, das nennt sich Fallhöhe. Ja, das nennt sich Fallhöhe. Ja, das nennt sich Fallhöhe. Nutzt die Gelegenheit, baut eure Nutzlosiumbestände wieder auf, wenn wir dann die Trojaner-Kampagne von den großen Feldzügen spielen. Wobei, da ist es ja gar nicht useless. Also zumindest, wenn es Schwefel gibt, weil dann können wir Schwefel in Eisen umwandeln. Ich habe noch über 10k. Aber ich hatte tatsächlich so eine Idee, noch für den Minecraft-Stream so ein bisschen als Belohnung, die genutzt werden kann, um mich ein bisschen da zu trollen. Nämlich würde ich dann, aber das würde voraussetzen, dass wir auch hier gehenmäßig Minecraft spielen. Ähm, dann lieber Kriegsmaschinen. True. Die Idee war nämlich, dass ich in der Hardcore-Welt einfach zwei Holzschwerter crafte und total OP verzaubere. Also extra eins mit Smite und eins mit Sharpness. Und wenn halt jemand die Zuschauerbelohnung einlöst, dann muss ich das halt den Rest der Session verwenden. Also ein schönes Offensiv-Downgrade für mich. Könnte man theoretisch auch mit Rüstung machen, wobei ich da vorsichtig wäre. Was streamst du denn so früh? Da schließt du die Lohnsgabengesellschaft aus. Ja, ich streame heute sehr lange wahrscheinlich wieder. Also das Longplay hat ja acht Stunden gedauert und ich rechne hier tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Zeit. Deswegen habe ich extra früh begonnen. Wenn man 14 Uhr früh nennen möchte. Und Leute, die lange schlafen, das schließt mich im Moment auch nicht aus. Okay, jetzt hat Grün total überholt. Wir könnten auch hier unten den Bereich restaurieren, wenn wir wollten. Aber ich muss echt sagen, dass wir haben jetzt 97% Kampfkraft. Das wird langsam ein bisschen lächerlich, glaube ich. So, hier ein paar Türme hinsetzen können, dass man schön die hier snipen kann, wenn die rauskommen. Das wäre nice. Aber Grün hat jetzt gerade total vor uns weggezogen. Ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass wir blau zuerst besiegen müssen. So, Gold ist immer noch ein Problem. Die Maya-Siedlung wäre halt perfekt, weil es da noch mehr Rohstoffe gibt. Aber wie gesagt, die ist gerade... Die ist gerade richtig am Abgehen. Was ist da los? So, Gold ist etwas anderes. So, du kannst weg. Also hier unten könnte man, glaube ich, auch noch gut Wein anbauen, wenn man wollte. Hier könnte man einen Turm hinsetzen. Hier könnte man einen Turm hinsetzen. Aber wenn wir blau zuerst angreifen, schwächen wir uns nur und wir können nicht die Rohstoffe klauen. Wow. Wow. Xiaomi, was machst du denn da? Danke für die 10 geschenkten Subs. Ich glaube, wir haben damit schon wieder... Ich glaube, 25 war die Stufen sind jetzt bei 29. Das heißt, wir haben, glaube ich, wieder ein paar Emote Slots frei. Nice. Also ich glaube, ihr könnt euch schon mal überlegen, was ihr noch als Emotes haben wollt. Wo war gerade die Kampfmusik? Ah, ich glaube, hier war ein Geologe, ne? Nutzlosium Emote. Nutzlosium Coin als Emote. Jetzt habe ich nur noch drei neben dir stehen. Und Xiaomi führt jetzt einfach Haus hoch mit 12 geschenkten Subs. Ich muss auch immer noch mal die Chinchilla-Fotos durchgehen und gucken, ob ich noch mal ein paar davon in Emotes verwandeln kann für die Follower. Ich meine, wenn das kein Argument ist, dem Kanal zumindest zu folgen, ja? Wo sonst bekommen hier süße Chinchillas als Emote? Ich frage mich manchmal eh, ob ich nicht vielleicht auch mal Chinchilla-Content machen sollte. Ich glaube, die könnten glatt sogar noch interessanter werden als alles, was ich an Siedler-Content gemacht habe. So, ich glaube, wir können anfangen, mal ein paar Zielobjekte zu bauen, weil wir tatsächlich gerade ein bisschen überproduzieren. Wenn ja, wir könnten eine zweite Waffenschmiede bauen, aber ich glaube, dann haben wir wieder komplett alles aus dem Gleichgewicht geworfen. Ich habe mir auch heute mal die Beschreibungen im Englischen nochmal angeguckt von den Dingern. Also ich würde die bei Gelegenheit mal übersetzen, damit zumindest die Nicht-Trojaner ihre Zielobjekte will halt wenigstens mal einzigartige Beschreibungen haben. Aber so krass sind die leider auch nicht. Also ich finde, so viel hat man jetzt auch nicht verpasst da. Mache ich irgendwann mal, wenn ich die nächste große Änderung mal Uwe mache. Meine Foto wollte ich jetzt noch eine experimentelle Änderung übernehmen, weil die tatsächlich gut funktioniert hatte. Und ich hoffe, dass dann jetzt auch bald der DV-Fix in Zeta-Centle übernommen wird. Das liegt nämlich alles schon da, aber es ist noch nicht hochgeladen worden. Muss gerade in Kryptos investieren. Da kümmert sich jemand um die wichtigen Dinge im Leben. Okay, das ist... Okay, jetzt wird es langsam uncool. Das wird langsam super uncool. Wir brauchen Bogenschützen. Wir abusen jetzt einfach mal die KI komplett. Also, sonst sitzen wir morgen noch hier. So, wenn man jetzt noch eine Möglichkeit hätte, nur die L3er auszuwählen. Das wäre toll. So. So, kleines Suchbild hier. Iwarn-er-decken. Wir machen zum Stream. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, pass auf. Wir können nämlich hier unsere Soldaten aufstellen, die jetzt auch volle Kampfkraft haben. Stellen dann hier unsere Diebe hin. Und snipern alles weg. Ich liebe das ja, wenn hier Wasser oder Schnee solche Konstellationen ermöglicht. Aber wir nähern uns langsam jetzt auch einer Stunde Echtzeit in dieser Mission. Wir sollten vielleicht langsam mal in die Gänge kommen. Wir haben 650 Mana, was wir definitiv nicht aufbrauchen werden, glaube ich. Was ist das für eine Musik? Das ist aus Dieter 2, die nächste Generation. So, im Moment schicken sie auch noch schön die L3er ins Gefecht. Vielleicht kann man die ihm auch irgendwie weg snipen. Also, ich finde die mittelz melt, wir sind ever ch mettetig. Das ist eine Musik. So, wir sind flagst nem so schlecht. Jetzt unbedingt Learn. So, ich finde es Daten. So, ich finde dich in diese Musik. Kriegen wir hier ein Blitzrohrgeschossen? Aber so wird das jetzt nicht gebracht. So, das sieht doch mal überschaubarer aus. Ich schicke mal einfach eine Truppe los, die mal versucht, ob wir die Wikinger triggern können. Nee, auf die Distanz funktioniert das leider nicht. Umkreis von acht Feldern hieß es. Ich glaube, wir könnten gleich sogar auch hingehen und die Patrouillen hier abfarmen. Hydrieren, jawohl. Ich bin mir echt gespannt, ob wir das Longplay für die Challenges für die Trojaner und TV-Kampagnen machen. Weil das sind ja jeweils zwölf Missionen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin fertig, ich bin echt viel Onkelkund. Ich bin noch mal auf dem Körper. Ich bin noch mal auf derrhege. Ich bin die beiden, wenn ich bin noch mal auf dem Körper im Herd gewonnen und verwahre. Ich bin noch mehr zum Glück. Ich bin noch Torscher und weiß nicht so. Ich bin noch nicht sicher. Das war's für heute. Mensch, wenn das mal keine KD ist. Ich glaube, der eine Kill, den sie erwischt haben, war ja der Geologe. Das wünscht sich doch jeder Feldherr. Ich glaube, der Geologe ist, dass der Geologe ist. acht felder um den zielort am ende hat er doch hat fünf immerhin erwischt wer kommt denn da und merkt nicht dass er mir haus hoch unterlegen ist das wird glaube ich ein bisschen irritierend wenn ich das bildmaterial dann für für missionsgeist und so nutzen will weil ich die über die spieler ja schon dann zu ordner zugeordnet werden müssen für so eine challenge wäre das wahrscheinlich sogar noch okay weil dann gehe ich davon aus dass die karten bekannt sind so das läuft hallo wikinger warten wir den tempel gehört und ihr wollt natürlich direkt an meinen priestern vorbei so so wollen wir doch mal sehen wie er mit dem zorn jupitas klarkommt ich meine es ist zwar jetzt nicht optimal aber let's be honest wir haben sowieso guck dir das an ziehen sich sogar schon zurück oder zumindest ein paar von ihnen so war zwar eine riesen mana verschwendung theoretisch so wir snacken uns jetzt blau also die stärksten soldaten der maria sind schon tot wir haben so schon locker ein viertel ihrer streitmacht erledigt und wir haben auch keinen einzigen soldaten verloren so habe ich noch nicht abgewehrt gut das ist die macht von ubo magie gegen l1 soldaten weil gut mit gegen l3 hätte zeit mit convert auch funktioniert so so Es ist sinnvoll, sein ganzes Geld für einen kurzen Lacher auszugeben. Ähm, ja, siehe Elon Musk, als der Team Trees unterstützt hat. Ich glaube, der hat sogar zweimal eine Million gespendet. Und sich dabei dann Treelon Musk genannt. Genau. So, ich glaube, Grün dürfte bald keine Schwertkämpfer mehr haben. Ich glaube, wir können jetzt auch auf volle Schwertkämpferproduktion gehen. Aber blau hat sich erholt. Also blau hat definitiv irgendwie ein Cap über das Skript drin. Warum auch immer das so niedrig ist. ... ... ... ... ... Das war's für heute. Ich hab gestern ganz nebenbei die 4 gegen 1 dv Map erstellt. Heißt hier ganz nebenbei. Das heißt, dass ich hauptsächlich was anderes gemacht habe. Oh, hey. Hey, wer kommt denn da? Da, das ist die heilige Stätte eigentlich, die zerstört werden musste. Wo wir beim letzten Mal gerätelt haben, wieso das nicht gereicht hat. 65 Mana. Da darfst du eigentlich Rohstoffe von den Gegner nicht klauen. Und deren Erze wurden ja nicht vegan produziert. Natürlich darf ich die klauen. Ich darf halt, wenn ich Nahrung klaue, sie nicht verwenden. Also nicht die, äh, kein Fisch und kein Fleisch. Jetzt, wo man das TV im Editor irgendwie auf freie Auswahl statt Mensch oder Computer anstellen kann. Äh, nein, geht nicht. Du nutzt ja sowieso schon einen Glitch aus, damit der Editor es überhaupt auf Mensch einstellt. Weil halt Mensch und freie Auswahl für das TV eigentlich überhaupt nicht vorgesehen sind. Ich bin ja sowieso nicht vor, wie sehr viele, wie sehr, sehr gut ist. Ich bin nie anta früher, was ich sagte, wie wär schon immer so, wenn ich auch nicht mehr so, als ich lass mich nicht mehr so, wie sehr viel. Also nicht nicht gut, wie sehr, sehr gut ist. Ich bin ja sowieso nicht mehr so, wie viel muss ich es jetzt nicht mehr so, wie sehr, sehr gut ist. So viel Nahrung, die hier liegt, wir können sie nicht mitnehmen. Ich war kackt, ich habe das TV als Team 5 eingestellt, jetzt kann ich es mir nur laden, wenn ich auf mehr Spiele erstelle welche. Äh, Moment, wie hast du das denn, hä? TV muss Spieler 1 sein. Ich hätte mich eigentlich auch gestern schon stutzig machen müssen, als du mir das Skript gezeigt hast. Hatte ich nicht noch ein zweites Lazarett gebaut? Nö, ich habe noch gar kein Lazarett gebaut. Ich habe es nur ein zweites G devastating. Äh, ich habe es noch gar nicht gesehen. Ich habe es noch gar nicht gesehen, auf der anderen Seite, ich habe es noch gar nicht gesehen. Jungen 3, 2? Ich habe jemanden wohl auch gut gesehen, dass es für mich, der jemanden ist. Jedoch diese Tache und will mir die Tache. Dann soll ich die Tache und mir das Geld leisten. Dann soll ich mich sehr gut sein, wenn ich so etwas Geld für dich nun vergewertigte. 又 lipsuche ich nicht so etwas Geld verdiene. Dann soll ich mich etwas Geld ab. Dann soll ich mit einem Geldkreis. Dann soll ich auch dassЛige, was ich etwas Geld verletze. Das war's für heute. Oh, da ist mein kleiner Priester glatt mal abgeraucht. So, Blitz ist einfach super teuer geworden. Ich habe gerade überlegt, was passieren würde, wenn man sagen würde, die Zauber sind von Anfang an auf ihren Max-Kosten und skadieren dafür nicht hoch. Aber das würde der KI einfach viel mehr schaden als mir. Ja. 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 Das war's für heute. ok ja das ist jetzt auch gewonnen spiel 1 muss immer ein mensch sein ja da war was genau ich glaube normalerweise lässt sich der editor auch keine karte exportieren wo der spieler einst kein mensch ist das geht halt nur mit dem editor plus mal gucken wie viel mana wir produziert haben in diesem rum und 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 Vielen Dank. Ja, das ist korrekt, was du da schreibst. Hatte ich aber auch selber gestern nicht mehr dran gedacht, als ich das gelesen habe. Ich muss ja gestehen, so ein bisschen frage ich mich, es würde halt die Karten hier ein bisschen kaputt machen, ob die Türme, die großen von den Wikingern und von den Mayas nicht nur zwei Schwertkämpfer und dafür vier Bogenschützen haben sollten. Weil gerade hier bei dem Maya, also der eine dritte Schwertkämpfer, der da steht, der ist halt maximal überflüssig. Okay, ja, wir haben die heiligen Städten zerstört und das ist immer noch nicht gewonnen, wie beim letzten Mal. Wir haben doch von denen jetzt mehr Schwertkämpfer mehr bringen, als mehr Bogenschützen. Boah, ich glaube, das Turmvideos könnte gerade eins meiner schlechtesten sein. Einfach alles ansehen ist irgendwie nicht gut. Ach so, das hat etwa Falschinformationen geleert. Hm. Ich sag mal so, das Ding ist, dass Türme halt generell einfach nicht so eine Riesenrolle spielen. Das ist eigentlich mehr etwas, damit man sich selber besser fühlt. So, wir haben die barbarischen Fleischesser unterworfen und so viel an Nahrung, äh, beschlagnahmt. Wir hatten einfach 1.500 Mana. So. Die Mission, die mir am meisten Sorge gemacht hat. Wikinger 1. Ich glaube, hier wird es wichtig, dass wir den Nachschubraumgegner komplett blockieren. Komm, gib mir schon mal direkt die zusätzlichen Plamierer und die zusätzlichen Bauarbeiter machen wir dann, wenn das Haus steht. Das ist auch so ein bisschen ein Troll in dieser Mission. Man startet mit einem großen Turm, aber er hat nur die Besatzung von einem kleinen Turm. So, das geht auf die Schäfermine, das auch. So, das geht auf die Schäfermine, das auch. So, ich glaube, wir werden ein Steinlager benötigen, damit wir hier das Zeug möglichst schnell wegkriegen. Ein bisschen was habe ich aus dem Longplay ja schon mitgenommen und gelernt. Und jetzt für die Spielschule hat eigentlich keins leider, sondern nur 1,5, 2X und 1X. Weil es, glaube ich, nicht vom Spiel vorgibt. Also abgesehen davon, dass halt sowieso schon nicht alle Optionen bei Siders United drin sind. Ich bezweifle, dass ein Slider geht, weil es wahrscheinlich nie vorgesehen wird, dass du es so granular einstellen kannst. Ich weiß nicht genau, wie unter der Haube Siedler das Handhabt, aber ich vermute mal, dass es einfach die Tickrate pro Sekunde hochgestellt wird. So, Stein kann da hin. So, da sind noch mehr Rohstoffe, einschließlich verbotener Rohstoffe. So, du machst erstmal da weiter. Wir müssen hier tatsächlich ein bisschen micro-managen, dass wir nichts verschwenden. So, ich clay es wagen. Ich weiß nicht, dass diesesigen So, da gehen wir noch mehr Stein, wenn wir wollen. Drei Angeln, aber natürlich keine, nur eine einzige Sense und hier befinden wir natürlich nicht noch mehr, wäre ja zu leicht. Wir bauen eine Kolumine früh, setzen uns schon mal den Turm in die Richtung. So, ich glaube hier müssen die Warenstapel auch weg, einfach damit der Förster hier arbeiten können. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir brauchen erst das Sägewerk Und dann die Eisenschmelze Und dann müssen wir direkt schon mal auf drei Getreidefarm hochgehen, damit wir hier irgendwas versorgt kriegen So, Start-Stop So, das ist vielleicht auch noch interessant für den Kollegen, das stimmt So, das ist wahrscheinlich nicht wahr? Amen. So, da liegen noch Hämmer rum. Schon ein bisschen gemein, hier direkt die verbotene Frucht hinzulegen. So, da liegen noch Hämmer rum. So, wir brauchen auf jeden Fall eine frühe Warnung, wenn Gegner kommen. Da war der erste. Ja. Waren aber nur fünf Soldaten. Wäre Honig in der Challenge Vegan, wenn Bienen alles Pflanzen gefehlt hätten. Ich meine, technisch gesehen sind sie, glaube ich, sogar Pflanzen. Wobei, dann würde wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich nicht daran gedacht, dass, äh, wobei Bäume profitieren auch nicht von, äh, von, von dem Wachstums-Server. Hm. Hm. Ich meine, die Ich meine, die Das ist auch so eine Faszination, finde ich, weil jetzt gerade über Cheats und der Mangel an Cheats in Siedler Chat gesprochen wird. Ich finde, what you see is what you get verhindert auch die offensichtlichen Arten zu cheaten eigentlich. Also, was geht, was auch schon gemacht wurde, ist, dass du komplette Mapvision hast. Aber sonst, du hast halt keinen unsichtbaren Rohstoffpool, wo du einfach unauffällig irgendwelche Rohstoffe rein cheaten könntest. Spätestens, wenn du eine Replay-Funktion hast, wenn du irgendwie dir Waren rein spawnst, deren Ursprung nicht nachzuverfolgen ist, ist es halt voll offensichtlich. Ich meine, Kampfkraft gegebenenfalls, wobei das auch eigentlich über die Statistik nachverfolgbar sein müsste. Vor allem, weil zumindest in S4 es ja so ist, dass nur die höchste Kampfkraft angezeigt wird, die man zu irgendeinem Zeitpunkt hatte. Das hat mich tatsächlich, als ich Dark Mirror geskriptet habe, total irritiert, weil ich da die KI mit voller Kampfkraft habe starten lassen und checken wollte, ob das funktioniert, dass die runter geht. Und dafür habe ich dann erst mal die Statistik benutzt und das hat überhaupt nicht funktioniert. Mana würde gehen, ja, wobei auch das auf, also ich glaube, das würde bei einem Replay auch auffallen. Also zumindest, wenn man nicht Mana-Wäsche betreibt. Ernährungsstatus der Minen auf Markt, ja, aber das sind halt auch so Sachen, die fallen, aber wenn du eine Replay- Funktion hast, fällt das halt auch sofort auf. Und dann kann es, also, du wirst Cheats nicht unbedingt mal verhindern können, aber gerade wenn du halt es im Zweifel nachweisen kannst, kannst du ja natürlich auch da auch entsprechend sanktionieren. So, ich sollte vielleicht mal die Bäckereien fertig bauen. Ich bedenke, auf was für weisen Speedrunner schon enttarnt wurden, die halt, äh, jetzt entweder Cheats eingesetzt haben oder Runs gespleist haben, so an Details, die halt niemandem sonst auffallen würden. Irgendwie, ich glaube, beim Minecraft in der Welt erstellt das Muster, was dir da angezeigt wird im Ladescreen. Ich glaube, das kann, äh, ist irgendwie auch unique und kann nachgewiesen werden. Oder wenn Leute gespleist haben und man dann halt gesehen hat, dass das Spiel neu geladen wurde, weil die Achievements irgendwie nochmal neu angezeigt wurden oder nicht neu angezeigt wurden. Ich kann ja nicht cheaten, damit ich nur kann, sondern mit dem Ziel, ja, als Joke. So eine AOI, jetzt einfach mal mit Autos. Ja, so eine Cheat-Einheit fehlt in Siedler tatsächlich. Ich glaube, irgendwann während der Busfahrt wollte mir mal irgend, äh, wie, wer erzählen, es gäbe so eine Einheit in den Siedler, aber ich habe das natürlich dann auch ausprobiert damals, weil ich natürlich ein dummes Kind war. Bei mir hätte natürlich klar sein können, dass, äh, der Typ das Spiel nie auch nur gespielt hätte. Ich zeige denn, dass der irgendwelche Cheats wüsste, die sonst keiner weiß. es wird, wie es fehlt eine Axt, hä? Lagen in der, in der Ruine nicht auch irgendwie 10.000 Äxte? Ne, Spitzhacken. Also, als ob da keine einzige Axt lag. So, noch sind wir aber gut dabei, dafür, dass ich eigentlich damit gerechnet habe, dass das hier total krampfig wird. Letztendlich, dass ich das in Siedler gespielt habe, weil die Meister eher schlecht gewendet war. Ich hatte einfach keine Chance und haben sich wirklich lustig gemacht. Du kannst ja auch selber Cheats einprogrammieren in den Maps, du wirst es ja nicht. Du beschreibst gerade, Xiaomi, du beschreibst gerade genau das, was ich letztens auch in einem Video gesehen habe. Beziehungsweise, ich glaube, mein Freund hatte das Video sich angeguckt und ich war dabei mit diesem LKW, unter dem angeblich Mew versteckt ist, weil es diesen LKW ja irgendwie sonst nirgendwo im Spiel gibt. Und ich glaube, da ging es auch irgendwie darum, was für Gerüchte Nintendo da teilweise selber in die Welt gesetzt hat oder welche sich da verselbstständigt haben, selbst über Landesgrenzen hinaus. Ganz ohne Internet oder so. Was natürlich schon krass ist. Schade, dass man keine Kommandos, dass man nicht Chat auslesen kann und da nicht irgendwelche Kommandos reinschreiben kann. Das wäre auch bestimmt für manche, für den Mehrspielermodus durchaus interessant. Gerade wenn du Observer, wenn du dann als Spectator da bestimmte Kommandos hast, um halt bestimmte Informationen auszulesen. Oder ein Spielmodus, wo halt irgendwie jemand sozusagen Gott spielt und dann irgendwie per Kommando irgendwie bestimmte bestimmte Zauber auslösen kann an bestimmten Orten. Das habe ich auch immer gesagt. Das hast wahrscheinlich auch nicht nur du gesagt. Das haben wahrscheinlich viele Leute sich schon mal gewünscht. Weil das halt eigentlich so ein offensichtliches Ding ist. Aber so weit steht eigentlich alles, was so essentiell ist. Gut, wer da einfach zivile Siedler wegbusten kann. Ja, okay. So OP müssen wir es jetzt nicht machen. Okay, wait. Die Getreidefarm muss, glaube ich, noch eine Weile warten. Wenn man jetzt noch wenigstens die Wüste wegzaubern dürfte. Ja, okay. Wenn man dann kommt, über so dumme Gebäude zu steuern, muss man einfach was in den Chat eingeben. Ja, das wäre auch wesentlich Plug-in-kompatibler. Und wüsste jetzt auf jeden Fall ein Witter, wo das Startmanner vom Tempel reichen. Ja, aber es ist sehr teuer. Und der Zauber ist ja gern auch schon mal ein bisschen schwierig. Aber bis jetzt war tatsächlich Römer 1, ganz die schwerste Mission. Und das auch nur, weil wir nicht wussten, was uns erwartet. Ich frage mich, ob das Startmanner vom Tempel nur einprogrammiert wurde und Mario auf Karten und will es nicht hilflos machen. Ähm, nee, Siehter 3 hatte das auch schon. Außerdem gab es das tatsächlich im Originalspiel noch gar nicht, dass der Abkürzungszauber so nützlich war. Der konnte am Anfang wirklich nur Schnee schmelzen. Die ganze erweiterte Funktionalität kam erst mit dem Trojaner-Head-On. Du findest keine Bäume mehr. Ah, okay. So, geht bitte mal hier oben hin und helft damit. Und dann machen wir hier noch einen Holzfäller. Also im Moment dürften wir safe sein. Veganleben ist doch gar nicht so schwer. Hier in den Kommentaren zu dem Wortschreibt irgendjemand irgendwelchen dummen Antileganismus. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt auf die Comments. Und wie wild die sein werden. Wenn ich bedenke, was ich schon mir alles anhören durfte, du, weil ich einmal in dem Neue Allianzen-Video es einmal gewagt habe zu gändern. Und da ist auch mehr als Witz. Die Leute haben direkt irgendwie ihren Shit verloren. Wenn es nicht als Failsafe dienen, kann ich mir am besten mir vorstellen, welche Funktion es erfüllt. Ich glaube, dass es ein Relikt halt aussieht, da drei auch ist, wo es ja zum Beispiel auch möglich war, dass du, ich glaube, mit zwei Tempeln hast du grundsätzlich schon L2 bekommen auf einer Soldateneinheit. Was, äh, das war dann so ein Rush-Ding. Brot bei der Goldmine, es tut in der Seele weh. Aber im Moment haben wir auch halt Siedlermangel des Todes. Blau zieht gut an. Die Goldmine schon nicht funktioniert. Ne, die liegt voll. Die liegt voll und deswegen wird da nichts, äh, wird da nichts erbraucht. Weil das Ganze, auch selbst hier, die Goldschmelzen könnten annehmen, aber ich habe halt keine Siedler gerade, die irgendwas transportieren könnten. Deshalb kommt auch gerade kein, äh, wird das Wasserwerk nicht besetzt und es kommt kein Wasser zu den Bäckereien. So, ein paar L2er plane ich mal mit ein. So, und dann geht's. Wie kannst du das Wagen alle Menschen ansprechen? Dieses Gender wird uns dann zu selbst abzerstören. Ja. Ganz schlimm. Es sind immer die Leute, die sich am lautesten darüber beschweren, dass doch alle jetzt so Schneeflöckchen geworden sind, aber dann kriege sie halt Panik, sobald man irgendwie mal ein Gendersternchen setzt. Also... Ja. Wer ist dann die Schneefloche? Aber es ist halt auch so ein Fall, wo die Welt wesentlich einfacher wäre, wenn man es einfach hinnehmen würde, wenn Leute gendern und es hinnehmen würde, wenn Leute nicht gendern. Und dann gucken, wie sich das entwickelt. Und womit sich die Leute besser fühlen. Boah... Ne, nicht erobern lassen, bitte. Wobei soll man sich denn alle Artikeln aus der Sprache rausstreichen? Ja gut, Deutsch ist ja sowieso so... so ne... so ne Sache in der Hinsicht. Moment lohnt sich gerade L3 sogar mehr. Wieso passt hier gefühlt nirgendwo was hin? Leute, das könnt ihr nicht bringen. und du bist nicht. Und du bist So, das ist so eine schöne Kurve und die Verstärkung, die da jetzt vorhin kam, macht so einen schönen Ausreißer rein. So, machen wir nochmal unsere Bautrupps ein bisschen grösser. So, ich glaube hier ist es auch worth, wenn wir irgendwo relativ früh so einen Fleischwolf einrichten. So, aber was sich glaube ich lohnen wird tatsächlich mal zur Abwechslung ist auf Maya Mission 3 der Steinkopf. So, ich glaube 50 Eis oder was das sind, wo die für 3 Gold, das ist halt in so einer Situation schon sehr worth. So, ich glaube 50 Eis. Okay, jetzt haben wir eine Mühle zu viel gebaut, aber okay. Boah, hier ist das Leichtgewicht ja eh ganz anders. Hier die Röberbeckereien sind ja die langsamsten. Dafür ist die Mühle aber auch langsamer. Wobei das haut hin. Da sind die Mühle aber auch langsamer. Da sind die Mühle aber auch langsamer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mir gefällt gerade nicht, wie hart Blau an uns vorbeizieht. In meinem Zweifel haben wir hier eine schöne Siedlermauer. Plus Kampfkraftvorteil, plus Türme. Ah, die Goldmine alleine kommt halt nicht hinterher. Wir brauchen jetzt wieder L2. Wenn etwas gibt, ein fertigen Turm ist um den Volksbund. Was würde passieren? Ähm, haben wir das nicht sogar getestet? So einen fertigen Turm? Keine Ahnung. Probier es aus. So, ihr geht mal bitte darüber. Wir machen hier einen Turm. Das kommt an. Inverted Manoring Assets für ein Asset im Speicher hinterlegt ist. Ähm, grafiktechnisch ist das sogar egal, weil das Spiel eine Platzhalter Grafik hat für sowas. Und ein Eintrag in der Building Info existiert auch. Da wir das ja irgendwann mal gemacht haben. Beziehungsweise es ist vor Jahren gemacht worden und wir haben es in Settlers Unended übernommen. Damit die ganzen DV-Karten überhaupt funktionieren können. Ah, ist das nicht schön, wenn die Schwertkämpfer schön vorweglaufen? Ah, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Feuerkraft. So, dich heilen wir. Ich kann mich auf die Idee schwer, dies ist schneller als alle anderen zu machen. Ähm, damit die Diebe und so einhüllen können. Und, äh, Kämpfe generell erzwingen können. Also, ich würde behaupten, das hat schon so seine Richtigkeit. So, bei Gold ist jetzt gerade echt ein bisschen der Flaschenhalter, dass wir es nicht schnell genug fördern können. Aber die KI fühlt sich nicht sicher, da wird uns anzugreifen. Ich würde behaupten, wir können noch ein paar Getreidefarmen mehr brauchen. Ich würde behaupten, wir können noch ein paar Getreidefarmen mehr brauchen. Äh, okay, wir haben hier noch gar nicht die Gelegenheit. 5,5,5,5, schade. Dann heißt es wohl, weiter gucken, dass wir irgendwie hier... Ja, wir müssen die ganzen Rohstoffe hier erschließen. So ein Befehl, dass sie sich mit der Geschwindigkeit der langsamsten Einheit bewegen, das, äh, ist tatsächlich so ein Ding. Das habe ich bei Freedom Force, bei dem Remaster, musste ich das auch, als ich da mit Warrior Slip den Pfad festgelegt habe, musste ich das auch manuell einprogrammieren. Das ist vor allem, das ist eigentlich auch so ein Standardbefehl inzwischen im RTS, also der muss sein. Aber das ist ja zum Beispiel auch das, was der KI-Innensiedler regelmäßig passiert. Gerade auf großen Karten. Ganz ehrlich, komm, wir machen noch ein paar Geos mehr, einfach weil die ganzen Sachen rumliegen. Das ist ja zum Beispiel auch das, was der KI-Innensiedler. Das ist ja zum Beispiel auch das, was der KI-Innensiedler. Das ist ja zum Beispiel auch das, was der KI-Innensiedler. Die. Das ist ja zum Beispiel auch das, was der KI-Innensiedler. Das ist ja zum Beispiel auch das, was der KI-Innensiedler ist. Die hat doch eigentlich mal Siedler-3-Musik reingepackt, aber irgendwie fehlt die. Oder ich nehme sie nicht wahr. Untertitelung des ZDF, 2020 3,8 und... Ja, okay, passt. Dass sich die KI so bedeckt hält. Schwierigkeit normal. So, gerade das Gold dürfte interessant werden. Pierrrr... Ja, das sieht doch mal wesentlich vielversprechender aus, was Gold angeht. Aber man muss sagen, es ist auch irgendwie accurate, dass halt irgendwie gefühlt die meisten Gebäude Getreidefarmen sind. Aber der Vorteil in Mission 2 wird sein, wir starten schon mit einer Getreidefarmen, das heißt, wir können auch relativ früh schon mal eine Mühle und eine Bräckerei bauen und ein bisschen vorproduzieren. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. So, ich würde mal behaupten, das war ein effizienter Trade, aber trotzdem nicht so optimal. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Das Problem ist, es enden die Nächsten, ne? Ein paar L3er da reinpacken wir natürlich auch hilfreich. Park des Friedens passt da natürlich nicht hin, aber so ein Teil. Wow, hier liegt sogar mal eine Bäckerei voll. Was ist denn da passiert? Na komm Leute, transportiert schon mal ein bisschen Zeug dahin. Was passiert denn? Das ist so funny. Das ist so funny. Solche zu kontrollieren für HGLG. Definitiv. Da hat jemand das Death Diary nicht gelesen. Nummer 2. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal,pston. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, das ist doch schon mal wesentlich angenehmer Ich glaube, wir könnten sogar ein Lager brauchen, einfach weil die Strecke so lange ist Ich glaube, wir können jetzt noch mal etwasANGEMEんです Ja, wenn du einen Turmspawns hast, hat der immer direkt einen Krieger drin. Sonst würde das Startskript für Zufallsgarten gar nicht funktionieren. Das ist ein Spiel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Beste Emoji Ja, wir haben heute tatsächlich sogar ein paar neue Emote-Slots freigeschaltet Dank einer sehr großzügigen Sub-Spende von Xiaomi Ich muss später auch noch gucken, an wen die ganzen Subs gegangen sind Das war nicht großzügig, das war Angeberei, nenne es wie du willst Zum Beispiel an Song93, willkommen zum Stream, ich sehe nämlich, also dann hast du wahrscheinlich auch einen Sub bekommen, das heißt, ich muss dich auch ins Buch schreiben Meinst du, das ist das Prime Sub? Da muss ich später wirklich gucken, ob du auf der Liste stehst Das wird vegan, äh, wir dürfen keine Fisch und kein Fleisch als Ninnahrung verwenden Und da wir Wikinger spielen, müssen wir auch auf Mana verzichten, weil Honig auch nicht vegan ist Okay, aber ich glaube, wir schaffen das, also hier läuft das tatsächlich mit veganer Ernährung Wir haben zwar einen komplett aufgeblasenen Nahrungsbezirk hier Der Licht mal mit voller Power läuft, weil wir eigentlich überproduzieren, glaube ich Ne, es liegt einfach nur daran, dass einige Sachen schon voll liegen Nur Brot, ja, nur Brot Brot für die Welt So könnte man die Challenge wahrscheinlich auch nennen Aber dann wäre ja Honig erlaubt Der arme Minenarbeiter, ja Honig ist ja auch vegan Nein, Honig ist nicht vegan Zumindest nicht der Honig, den wir hier produzieren Mrs. Dein Eing Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm, wollen wir nicht mal gucken, ob wir vielleicht hier den Bereich besetzen können? Untertitelung des ZDF, 2020 Nur die eine Mission oder mehrere, ähm, alle drei Völkermissionen Also Römerkampagne haben wir schon durch So wie das Longplay nur schwerer Bis jetzt war tatsächlich Römer 1 das schwerste Wegen der Axtkämpfer vom Gegner Basierend darauf, wie das dann am Ende ankommt, können wir das auch für die, äh, für die Vollkampagne und für die, ähm, vielleicht auch für die Trojaner-Kampagne wiederholen Wobei ich da die Longplays zuerst machen will Nun behaupten, das ist gerade noch ein effizienter Trade Ja, das ist kein effektiver Widerstand, den die KI hier leistet So, jetzt wäre, fehlt mir halt die, das Wikinger-Mana wirklich, weil Jetzt, Schwertkämpfer-Only Mit Blutrausch Wäre schon nice Kann man sich natürlich auch mal überlegen, ob man vielleicht mal ein paar kleinere Challenges auch macht Wo man halt, äh, ein bisschen völkerspezifisch sich irgendwas überlegt Wikinger-Schwert-Only wäre schon interessant Aber ich würde es vielleicht nicht für alle Völker machen wollen, weil die Wikinger haben halt einen speziellen Zauber dafür, aber die anderen halt nicht Bei Römer und Mayas darf ich mit Mana spielen, ja? Bei Römer habe ich das auch gemacht Was sich im Anschein tatsächlich mehr gelohnt hat, als einfach nur Brot auszubauen Also Schildzauber und Blitz vor allem haben halt gegen die L1-Soldaten hier voll reingehauen Also Schildzauber und Blitz vor allem, die Koffer-Musik, 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 die Koffer-Musik So, einer musste jetzt dran glauben. Okay, ja, wir haben auch das hier jetzt praktisch gewonnen. Vielleicht bauen wir auch lieber mal hier ein Lazarett noch. So, und Schwerter-Undi. Komm, wir bemächtigen uns mal der Vorräte der Mayas. Komm, wir bemächtigen uns mal der Vorräte der Vorräte. Ich überlege gerade, ob... Ich meine, das wäre mit Skripten ja auch durchaus machbar. Wenn du, ähm, dass du eine komplette Map darum designst, dass du sie vegan durchspielen musst. Dann kannst du auch direkt verhindern, dass der Spieler cheatet. Kannst vielleicht eine Entscheidung einbauen, ob du dich mit nicht-veganen Verbündeten einlassen willst. Kreativ, du hast doch nur Angst, dass ich nicht The Outer Wilds spiele. Dann kommt das eigentlich. Ähm, ich hab's noch nicht mal gekauft. Von daher nicht zeitnah. Ja, ich hab's noch nicht mal gekauft. Bei mir fällt auch gerade auf, dass ich vielleicht mal den, äh, einen Jahresbericht noch machen müsste. So wie ich das letztes Jahr gemacht habe. So was bei Patreon und, äh, Twitch und so rumgekommen ist. Ich hab nämlich zum Beispiel auch unter anderem gestern angefangen, meine Steuererklärung zu machen. Da musste ich ja auch die ganzen Sachen zusammenzählen. So was die Politik ein paar Stunden. Thank you. So was ich. Ich hab' die謝 og Addeschön. Okay. So was ich? Football administration. I'll beć y drks. Obviously. I'll be fair about later. Also dafür, dass ich mir bei dieser Mission echt Sorgen gemacht habe, ist das... War es jetzt gar nicht mal so schlimm. Warte, ist das ein Zeichen dafür, dass ich voll gut bin? Oder dass die KI ziemlich leicht davon zu überzeugen ist, dass sie einen nicht angreift? Das ist ein Zeichen dafür, dass sie ein Zeichen dafür gibt. Das Ding ist, selbst wenn du es mir schenken würdest, würde es wahrscheinlich nicht schneller gehen. Aber eine Entscheidung, die wir treffen müssen, ist, ob wir Maya einskippen auf der Grundlage, dass sich da eh nichts ändert. Und da der Stream wahrscheinlich lang genug wird, bin ich da leicht zu geneigt. Oh, jetzt wird wieder jedes meiner Worte auf die Goldlage gelegt. Jetzt kannst du skippen, wenn du Hauderweilts spielst. Ähm, so krass wird die Zeit Armanis nicht sein. 1 2 3 Musik Imagine, da Milkanon ist eigentlich so ein ganzes Outer-Wides-Play-Food drin, nur um eine Mission zu skippen. Vor allem eine Mission, die halt in der Viertelstunde zu machen ist. Musik 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 Ist der Hase vegan? Wahrscheinlich nicht. Komm hier, wir haben ein paar schöne Schweinchen. Die müssen auch irgendwo hin. Wir haben es die während des Streams nicht essen. Es ist Folter. Ich soll jetzt auf leeren Magen trinken. Nicht cool, Creative. Wirklich. Wie soll ich sonst? Man könnte fast meinen, du magst dieses Spiel. Bin mir aber noch nicht sicher. Könnte man das? Man könnte auf den Gedanken kommen. Ach Leute, das ist ja schlimm. Mir geht ja gar nichts. Oh, ich habe das, ich habe das,ir. Bin mir. Okay, noch nicht mehr durch. Bis zum nächsten Mal. Und den Outer Wilds DLC-Punk des Kriegs aufzuspielen. Ist das eine komplett eigenständige Sache oder verändert er das Hauptspiel? Wahrscheinlich erst aus, oder? Weil alles andere wird glaube ich nicht funktionieren mit der Art und Weise wie Outer Wilds funktioniert. Oh, wir können mal richtig hier rein snaken. So, Brotproduktion rudimentär steht. Es fühlt sich wahrscheinlich so schnell, dass es praktisch schon immer so war. Macht aber schon Sinn in dir, zieh nach dem... Okay. Schwierig zu beschreiben oder zu spoilern. Das gilt ja irgendwie für Outer Wilds im Allgemeinen, also von daher... So, da ich aber sowieso nicht hier groß was machen darf... Mach ich einfach direkt so. Dann muss ich da gleich mit, äh... Mit Pios nachhelfen. Genau da ist das Gold. Oh, hallo! Schön hier den kompletten Bereich gesnackt. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das wäre echt ein bisschen schwierig Oh warte, ich kann die Tiere nicht hier hinbringen Ich kann die Tierchen nicht hier hinbringen, die Schweinchen Jetzt aber bei One-Shot Ja, ich weiß halt nicht Inwieweit GameCapture damit klarkommt Ja, ich kann die Tiere nicht hier hinbringen, die Tiere nicht hier hinbringen So, Blau hat angefangen zu produzieren, wir können jetzt aber auch Ja, ich kann die Tiere nicht hier hinbringen, die Tiere nicht hier hinbringen Ja, ich kann die Tiere nicht hier hinbringen, die Tiere nicht hier hinbringen So, es fehlt eine Axt, das können wir ganz schnell richten Da ist ein Gold vorkommen Da kommen wir schlecht ran Ja, ich kann die Tiere nicht hier hinbringen, die Tiere nicht hier hinbringen Ja, nach dem, was ich von Omori mitbekommen habe, habe ich das Gefühl, dass das Spiel dezent Und Mindpuck ist Mori ist ein tolles Spiel, ja, das habe ich auch nicht bestritten Ja, ich kann die Tiere nicht hier hinbringen, die Tiere nicht hier hinbringen Ich denke, ich will die Spiele spielen, die keinem einfach sind Outer Wilds ist auch Gar nicht mal so nicht traumatisierend Oh je Du willst wirklich, dass ich eine Therapie brauche Wow Jetzt sind aber gerade tatsächlich Steine das Problem. Du wirst das sehr wohl aushalten, ich weiß nicht, was ich aushalte. Ich will nur, dass du spielst, die Folgen sind mir egal. Da soll noch mal jemand sagen, Streamer zu sein wäre einfach. So, wir können die Prio wieder rausnehmen, die Steine sind angeliefert. Okay, ja, jetzt hat sich blau das Gold gesnackt, aber es ist okay. 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 Ich habe es tatsächlich geschafft, als Wikinger in den Steinmangel zu kommen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Tolle ist, das sollte auch kein Gegenangriff triggern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, Kampfkraft geht langsam mal hoch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt kommt Gold wieder aus dem Gleichgewicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aus der aktuellen Selektion rausnimmt und automatisch zum nächsten Lazarett schickt. Also ist das gerade total nervig, die Truppe hier zu steuern. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja gut, ob die Mapper sich immer so drüber im Klaren waren, welche Gebäude wo gesetzt werden können, ist auch fraglich. Aber man testet doch seine Maps, oder? Nicht, ja, bei Siedler ist es aber fraglich, ob da für immer die Zeit war. Das merkst du bei manchen Karten mehr als bei anderen. Aber jetzt können wir voll in den Angriff übergehen. Okay, wir haben sie jetzt gut runtergebracht. Wir haben sie gut runtergebracht. Okay. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ab dafür! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! So, weg mit dem Axtkämpfer! Let's go! 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 Wow! Let's go! 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 So! Let's go! 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 Go! Let's 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 go! Go! Let's 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 go! Oh! Let's go! 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 Let's go!